Ich bin, ich bin Vitamide, Sandtex und Daniel. Ich bin seine drei lieben YouTuber eigentlich, die ich gerne mag eigentlich. Deswegen bin ich hier mit dem Kanal eigentlich. Deswegen, ja, bin ich so ein Fan von ihnen eigentlich. Deswegen, ja, warte mal, wir gehen erstmal zum Teil Sandtex. Denn Sandtex ist so ein berühmter YouTuber. Ich abonniere ihn jetzt mal. Denn er ist so ein berühmter YouTuber, der eigentlich so Microfiles macht, aber das ist noch nicht alles. Er, er, warte mal, er hat sogar einen Fortnite-Kanal eigentlich. Der heißt so SandtexFortnite, den abonniere ich auch mal. Ja, so SandtexFortnite, das ist so, das ist so sein Fortnite-Kanal eigentlich. Link, Link gebe ich uns in die Kommentare eigentlich, aber egal. Wir kommen hier von Teil von Vitamine. Vitamine ist auch ein YouTuber, den ich dann bald mal aus Orangensaft mache. Nein, Spaß. Ich werde auf keinen Fall ihn nach aus Orangensaft machen. Er ist eigentlich eine Karotte und eine Orange irgendwie. Ja, das ist eigentlich Vitamines-Kanal. Also, deswegen, ja, abonnieren wir ihn auch, weil er auch so mein liebes YouTuber ist und so. Aber ja, jetzt kommen wir zum Teil von Daniel. Daniel, denn, denn sein, denn, wir gucken mal so ein Video an. Das ist das Neueste. Kein, ich schalte die Scheiße auf nächste Werbung. Oh, und zack. Okay, ich bin fertig mit Duschen. Ich muss sagen, meine Glatze muss echt wieder poliert werden. Und, höf, hey. Das ist, ich mag ihn sehr, Daniel. Du bist ein guter Feuer, mein Mann. Jetzt kommen wir zum Teil von Sandtex. Oh, ich bin ein Geist. Oh, 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 hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann... Jetzt gucken wir ein Video von Vitamine an. Vitamine. Hallo. Okay, guck. Warte mal, wir wollen noch Daniel abonnieren. Und dann noch Luki abonnieren, der kleine Süße. Ja, wieder mit hast du fast die 100.000 Abonnenten geknallt, aber nicht? 100.000 Abonnenten, danke für alle. Glückwunsch. Hey, ich habe jetzt auch an den Jukimiti-Tipp und kann mit uns schreiben. Deine eigene Jukimiti. Ich will auch nicht, die Jukimiti haben. Aber warte mal. Ich wollte doch ein... Wir wollen doch jetzt ein Video von Vitamine sehen. Los geht's, das kommt. Hey Lena, was gibt's heute? Geht's zu essen? Was? Nudeln? Nudeln? Yippie. Bei den Lieblingsessen. Hey, Freude. Schönes Eingestattes. Freude. Mega mit uns dabei bist. Und wer da bist. Okay. Aber ja. Wenn's euch gefallen hat, dass ich meine drei Lieblingsfans so gezeigt habe eigentlich. Ich werde bald noch eine Animation davor machen von ihnen eigentlich. Ja. Ich werde sie bald eine Animation machen eigentlich. Vielleicht, vielleicht kommt das auch bald, aber das wird ein bisschen eh lang dauern. Ja. Wisst ihr. Ja. Wisst ihr. Es muss ein bisschen lustig sein irgendwie. Aber ja. Wir sehen uns bei einem nächsten Vitamine, Santec und Daniel Video. Bis dahin und tschüss.